Guten Morgen YouTube-Freunde, Morgenessen bei Bauer Hause, ein bisschen spät, 10 vor 8, Mittwochmorgen, die Zeitung ist gekommen, die Berner Zeitung lese ich jeden Morgen. Und Post, Zuckerrüben, Fachstelle für Zuckerrübenanbau, öffnen, für meine Frau öffne ich nicht und da waren noch was Anbauzahlungen, öffne ich jetzt auch nicht, und da habe ich da noch einen Brief bekommen, Adresse handgeschrieben, ist bald auch selten, dass da eine Adresse handgeschrieben wird, wollen wir einmal schauen, was da vorkommt, So, ein Brief, Fan 311, Rieberhause, ich und mein Bruder sind grosse Fans, viele Grüße, viele Grüße, Felix und Matthias Berchi, aus dem Ecki Will, jawohl, freut mich, einen Brief zu bekommen, Gruß geht gerade zurück an euch zwei, ja, alles Gute, ja, tschüss.